Schicke dieses Video einem Minecraft-Spieler, der es nicht mag, Ender-Augen zu sammeln, denn hier kann er das Ganze einfach überspringen. Einige hundert Blöcke entfernt vom Spawn findet man nämlich dieses Dorf hier. Baut man sich bei diesen Koordinaten runter, landet man direkt in einem Portalraum. Dieses Ender-Portal besitzt einfach mal zwölf Augen und ist somit natürlich auch aktiv. Zur Erklärung, jeder einzelne Block des Portals hat nur eine zehnprozentige Chance, ein Auge zu haben. Dies bedeutet, dass die Chancen für ein Portal mit zwölf Augen bei 1 zu 1 Billion liegen. Dies ist also, untertrieben formuliert, sehr selten. Wisst ihr, was auch selten ist, ein Video vom Schleibi nicht zu liken, denn das soll nachweislich sogar Unglück bringen. Hm, stimmt wirklich.